Hey Freunde und Willkommen zurück zu VARO. Diesmal werde ich joinen. Ich schaff das. Und ich krieg das hin. Ich kann das ganz alleine. Yes! Hi, ich bin drauf. So. Wir können es aber noch nicht bewegen. Wir haben 18 Diamanten. Wie geil ist das denn, Alter? 18 Diamanten. Ich sehe irgendwie gerade die untere Leiste nicht. Was, was, was? Und ich dachte schon, ich sehe irgendwo gerade. Da dachte ich schon, Gott befreit. Nee, ich würde gerne Quality oder wo kann man ein Vollbild einstellen? Oh, da. Vollbild an. Ah, Vollbild aktiviert. Vollbild aktiviert. Ach du. Ah, du hast auch die Spracherkennung. Software. Spracherkennung ist die beste. So, okay. Mein Gott. Debitor ist dumm. Ey, das habe ich nicht gesagt. Sehr gut. So, okay, 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 okay. Okay. So. Na ja, zum Ablauf heute. Wir wollen uns ja heute anfangen, mal was zu craften. Richtig, richtig. Alles, was wir haben, einfach in den Ofen stecken. Übrigens, danke nochmal an Manu, der mir geholfen hat, Minecraft ein bisschen stabiler laufen zu lassen. Ich habe Eisen reingepackt, ne? Ist richtig, oder? Ausgezeichnet. Sehr gut. Tja, Manu hilft mir. Vielleicht hat er auch mir gar nicht geholfen und jetzt werde ich gleich auszusehen dich angreifen. Ja, ja. Irgendwie habe ich jetzt... So, pass auf, wir haben eine Diapig-X. Mhm, sehr gut. Oh, du wolltest sie nicht. Achso, ich dachte, du wolltest sie nur demonstrieren, dann gib her. Wolltest du ein bisschen Obsidian holen? Ich weiß nicht. Ähm, ja, lass mich machen, damit ich... Dann erlebe ich endlich mal was. Okay, sehr gut. Hier war auf jeden Fall Lava. Mhm, Kappelszern weg hier. So, wir gehen mal beide irgendwo hin. Weizenkörner weg damit. Hier war Obsidian. Okay, warte mal. Oh, warte. Keine gute Idee. Was? Wollte gerade in meinem Inventar gucken, neben der Lava, weißt du? Haha, ja, genau. Wir kennen ja die Creeper hier, ne? Ja, ja. Ich habe schon Zombies. Okay, da unten ist, ähm, Zeug. Alles klar. Folgen Sie mir. Ich folge Ihnen. Bis ans Lebensende. Pass auf, aber da kann unter, drunter Lava sein, ne? Genau, deswegen sieht es auch so aus. Hä? Bau ab. Hä? Nein, nein, ich habe Wasser drauf gemacht, damit, ähm, die Lava, ob sie da nicht direkt wieder verbrennt. Ach so, okay. Okay, verstehst du, was ich mache? Ja, 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 gut, das hätte ich, das hätte ich nicht gemacht. Gut, das sind natürlich jetzt die Minecraft-Profi-Tricks hier. Oh, yeah. Ich werde mal ganz kurz weiter in die Höhle rein. Mhm. Bau am besten so ab, dass du auch vielleicht den Gang noch siehst. Den Gang noch sehe? Ja, dass du siehst, wenn einer von oben runterkommt. Also Creeper und sowas. Ach so, ja, 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 ja. Alles klar rein, so. Das wäre eine gute Idee, aber dann müsste ich erst mal da hinten hin, aber ich bewege mich die ganze Zeit. Das ist kacke. Mann, ich... Okay, dann mach ich, wie du meinst. Ich komme da nicht hoch. Nee. So, ich bin sehr gut. Oh mein Gott, ich gucke um die Ecke rum. Sehr gut. Bau ab, bau ab, Holly. Ich baue ab wie ein Profi. Warte mal, hier, guck mal. Wie du noch nie abgebaut hast. Noch nie zuvor habe ich so abgebaut. Dann können wir gleich auch nach oben gehen. Oh mein Gott. Wie viel brauchen wir jetzt ungefähr? Äh, vier. Vier, okay, habe ich gleich. Ähm, kurze Frage, Zuckerrohr oder so hast du nicht, ne? Nee. Da brennt jemand. Nicht, nicht zufällig? Ähm, ich könnte mal kurz gucken, ob ich zufällig eins habe, aber wissend habe ich es nicht. Okay, schade. Warte. So, und... Okay, jetzt clean. Und? Vierter Block ist da, oder? Alles einsammeln. Perfekt. Oh, vier Obsidian habe ich. Ich komme. Gut, geht zu den Öfen oder woanders hin? Okay, oh, hier ist ein Zombie gestorben. Die kommen von da oben runter, anscheinend. Ja, genau, da stand ein leckeres Gehirn. Mhm. Hi. Hallöchen. Also, ich habe mich auch mal schlau gemacht, wir sollen wirklich vielleicht für den Anfang, ähm, also wenn wir verzaubern können, auf jeden Fall. Ja. Eisenschwerter verzaubern. Ja, genau, genau. Und Rüstungen bauen. Aber wir können ja noch nicht verzaubern. Und einen Amboss brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ja, und was soll ich jetzt mit diesen vier Dingern in den Ofen packen? Ja, das brauchen wir. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch, ähm, Obsidian, äh, Obsidian, ähm, Papier. Genau. Also, wir müssen jetzt da echt nach oben. Ich würde fast schon sagen, wir machen uns zwei Dia-Schwerter, weil wir können doch nicht verzaubern, weißt du, und wenn dann einer joint, dann haben wir bessere Chancen. Ja, ja, okay, lass uns machen. Soll ich einfach mal bauen? Mhm. War ein bisschen, sind zwar vier Diamanten, die wir wegballern, aber... Aber ist schon okay, kann man verkraften. Weil wir finden ja, nun im Weg neue. Ja. Okay, her damit, Alter, wie krass. Nimm's, 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 nimm's. Oh, yes, ich spüre die Power. Geil. Okay. Bah, 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 bah. Oh, 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 oh. Du hast keins. Nein. Aber was haben wir denn noch? Hier immer Hähnchen drin. Fleisch hast du da noch reingepackt, ne? Ich hab Fleisch reingepackt, genau so ein bisschen. Ich sortiere mal, da hier hast du auch sortiert, sehr gut. Mhm. Äh, da war noch Cleanstone drin, hast du auch rausgenommen, ne? Cleanstone, wo? Äh, in den Ofen? Nö, ich hab noch Cleanstone irgendwo drin. Nö, nö, nö. Okay. Ja, dann warte, mach ich noch ein bisschen Cleanstone. So. Ja, Cleanstone ist immer gut. Oh, ja. Äh, warte, ich wollte hier noch was bauen. Nee, genau. Ich baue dir mal eben mein Feuerzeug. Okay, sehr gut. Ja, wir bereiten uns schon langsam vor. Welche Folge ist das jetzt? Die fünfte, ne? Boah, du fragst mich immer Sachen, Mann. Wo ist euch sowas im Wissen? Weiß ich nicht. Hier ist ein Feuerzeug. Auf jeden Fall hat aber jemand gesagt, hey, ich freue mich schon auf Folge 5, weil wir versprochen haben, in Folge 5 geht die Action los. Lass uns loslegen. Sollen wir uns vielleicht schon mal nach oben bauen? Ja, ja, lass uns nach oben bauen. Wir wollen auf jeden Fall gleich hoch. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch Zuckerrohr, dann können wir nach oben vorzaubern. Ach, jetzt einfach so nach oben bauen? Nee, hier wo ich bin. Okay, alles klar. Warte mal, vielleicht finden wir noch ein bisschen Diamant oder so. Ja, sonst guck du dich vielleicht in der Höhle und wir müssen ja nicht beide hier drin rumpimmeln. Okay, in der Höhle rumgucken, alles klar. Nicht gemeinsam rumpimmeln. Nein, dachte ich mir. Naja, ich weiß schon, ich merke schon, willst du mich ein bisschen loswerden? Nein, wir müssen produktiv sein, Mann. So, erstmal den Lavastrom ausgemacht hier. Sehr gut. Noch ein bisschen Eisen. Oh. Wir haben hier eine Höhle gefunden. Sehr gut. Eine Kiste jetzt mit irgendwie Schärfe 1 Buch. Ja, genau, wo gerade Anspruch Schärfe 1 Buch. Es gibt ja ein Team, was ein Schärfe Buch gefunden hat, ne? Ja, aber die hatten da ein Problem, oder nicht? Ja, es war auf einmal weg, oder so. Oder haben das verloren. Ah. Nicht, dass ich das lustig finde, aber irgendwie, äh, fand ich, muss ich lachen. Aber irgendwie muss ich dabei lachen. Ja, ja. Oh Mann, komme ich hier wieder zurück? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ja, merkt ihr unbedingt den Weg. Ui, ui, ui. Alles voller Lava hier. Irgendwo Diamanten? Wenn ich Glück habe, komme ich genau auf so ein Zuckerrohrfeld raus. Puh. Das wäre ja awesome, ey. Das wäre ja awesome. Mhm. So, dann mach mal, ich, ich überlege gerade. Ich glaube, das Rezept von dem Amboss, muss ich mir nochmal angucken. Oh shit, warte, warte mal, wo bin ich langgegangen? Och nee. Da unten ist Lava. Ah, siehst du? Guck ich mal ganz kurz um. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Warte. Komm runter. Ich glaube... Ich muss erinnern oder Pickaxe bauen, war er nicht so gut. Ja, ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh, ich höre hier ein Zombie. Zombie, das heißt, irgendwo hier ist das los. Sehr gut. Ich schaue mal hier. Ein bisschen Cleanstone braten, um Wege zuzumachen, kennt man ja. Genau. Um Leute zu verwirren. Eisen Pickaxe bauen. Keine Fackeln, das ist das Problem. Äh, ich kann dir welche geben, wenn du mal. Okay. Ah, sehr schön. Da kommen schon die paar Zombies. Ah, ein bisschen Action hier. Oh mein Gott. Was Pfeil habe ich... Block it, block it. Wir können uns auch schon einen Bogen machen. Ah, sehr schön. Ich brauche noch ein paar Federn und so. Okay, kein Creeper. Oh, ein Bogenschütz, ne? Okay, verstehe. Aber bei manchen ist es halt echt schon super spannend gewesen, fand ich. Bei Easy zum Easy... Nee, Easy. Doch, Easy war es. Easy war es. Der wurde ja fast erwischt. Ich lege mal Fackeln hier an dem Ofen. Das habe ich gleich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen, dass er fast erwischt wurde. Okay, pack Fackeln hin. Alles klar. Aber sie liegen da auf dem Boden. Alles klar, dann gehe ich mal kurz Fackeln holen und dann schauen wir uns die Höhle mal weiter an. So, ich gehe mal weiter hoch. Flops, 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 verplops. Also wenn da oben jetzt einer warten sollte, später vielleicht, dann kann er direkt hier rein. Ja, ja. Auf jeden Fall schön. So, alles klar. Denk dran, immer blocken, ne? Immer blocken. Ja, ja. Oh mein Gott. Was denn? Blocken. Ne, ne, ich bin hier gerade wieder in der Höhle gelandet. Okay, ja, ich erforsche jetzt auch mal in der Höhle. Ähm, ich bin jetzt X. Oh mein Gott. 422. Y25, das ist auf jeden Fall keine Diamantenhöhe. Heißt das, dass man hier überhaupt keine Diamanten finden kann? Genau, da sind gar keine. Komplett. Okay. Keine mehr. Gar keine mehr? Gar keine mehr. Wer hat, also gar keine mehr? Gar keine mehr. Oh mein. Und, und? Wer hat denn die letzten genommen eigentlich? Ja, Bergmann und Delay, ne? Ach nee. Die haben ja zugeschlagen. Oh, da ist eine Spinne. Wir können auch oben alle Bäume verbrennen. Alle Bäume von der Map landet, weil die einzigen die Holz haben. Das können wir auch machen. Das ist ein guter Plan. Alter, das ist eine Höhlen-Spinne? Ich weiß nicht. Beste Plan ever. Höhlen, also Cave-Spider sind klein. Klein. Ja, ganz klein. Und da wird deine Leiste grün, weil die dich vergiften. Dann sterbe ich? Nee, du gehst da runter bis auf ein Herz oder ein halbes Herz. Und dann solltest du dich am besten eingraben. Okay. Essen ist bei dir noch gut? Alles gut, alles gut bei mir gerade. Wir könnten aber trotzdem ein bisschen mehr Essen holen. Später. Ja, wir sind ja gleich draußen, nächste Runde. Ach du Scheiße, ist das eine Höhle. Oh mein Gott, wir hätten vielleicht durch die Höhle hochgehen sollen. Ey, das ist voll scheiße. Ja, ja, hier ist ein Creeper. Okay, das ist mein Ende. Oh nein, bitte nicht. Wo bin ich denn hier, Mann? Yes, er ist tot. Okay. Okay. Wie auch keiner eine Schaufel hat. Der Manuel haut auch immer alles mit so einem Hähnchen weg. Mit so einem Hähnchen. Wie gute Hähnchen-Schaufel. Oh, ich bin draußen. Du bist draußen? Soll ich jetzt zurückkommen? Ne, noch nicht. Noch nicht? Okay. Ich kämpfe mich gerade hier gegen alles Mögliche, ne? Alter, wenn ich jetzt hier gleich in der Höhle irgendwie... Wie viele Minuten haben wir noch? Äh, vier knapp. Vier knapp. Lol, man hätte auch hier oben einfach reinlaufen können. Ich habe den Eingang gefunden, wo wir reingekommen sind. Ach so. Scheiße. Ich wollte mich ganz kurz mal eine Übersicht holen, ob ich nicht irgendwie was sehe, wo... Okay. Wo wir gleich was machen können. Also, wo wir Zuckerrohr herkriegen. Oh fuck, von wo kam ich? Genau, hier... Hi, ich gehe schon mal zurück. Ich habe ein paar Pfeile gefunden. Vier Stück. Aber ansonsten... Gut, 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 gut. Nicht schlecht, 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 schlecht. Ich fühle mich so, als würde es mich irgendwie loschecken. Ja, mach mal, Holly. Geh mal... Geh mal die Höhle erforschen. Ja, super, machst du das. Los, Holly. Klapp's auf den Arsch. Genau. Ja, warte. Hä, von wo kam ich denn? Hier ist schon wieder so ein Höhlenfuzzi. Ein Höhlenfuzzi. Höhlenfuzzi. Tauchen Ebenen 23 auf. Wo denn? Holly, Holly, Holly. Ja, ganz weit da hinten. Ganz weit da hinten drin. Ah, hier. Flap, flap, flap. Äpfel können wir holen, dann können wir uns Goldäpfel machen. Mhm. Ich habe schon 16 Erfahrungen. Ist das gut? Das ist gut. Gut, Holly. Sehr gut. Warte, ich mache mal hier noch ein bisschen Eisen rein. Aber wir haben ordentlich Eisen, ne? Ja, ja. Also an Eisen mangelt es auf jeden Fall. Hä? Warte, wir brauchen neun Diamanten über. Wo bin ich denn reingekommen? Wir können uns einen Brustpanzer bauen. Wer das? Wo bist du denn, Holly? Keine Ahnung, wir sind da, wo wir Mindstriping... Mindstri... Stripping? Strip Mining. Achso, ja, ich weiß nicht. Strip Mining, genau. Oh, mein Gott. Oh, fuck, wo bin ich abgebogen? Oh nein, wir werden uns nicht mehr finden. Ja, das ist echt ein Problem gerade. Wenn alle sterben. Komm, Holly, wo bist du denn hingelaufen? Ich sehe dich noch nicht mehr so. Und ich sehe deinen Namen nicht. Sneakst du? Ja, sehr geil. Nein, ich sneak nicht. Ich habe keine Ahnung, wohin. Nein! Warte, ich gucke mal hier an die Wand. Ah, ich sehe dich da oben. Wo? Über mir. Über dir? Ja. Ja, dann gehe ich jetzt zu dir geradeaus runter, weil ich finde den Weg nicht mehr. Oh nein. So, mehr machen wir hier mehr. Wie gesagt, wir müssen einmal das Rezept gucken von dem Amboss, dann haben wir's. Okay. Dann haben wir's. Ich könnte nochmal hier meinen Bowen basteln. Okay. Nur zu, nur zu, nur zu. Hast du zufällig Strings gefunden? Ja, ja. Ich habe gegen ein paar Spinnen gekämpft. Ausgezeichnet, Tolly. Ich will hier unten nur meine Waffen ab, ey. Ich muss die Hotkeys einstellen. Was los? Oh nein. Oh nein. Okay, nur einen Typen getötet. So, wo bist du? Nochmal? Äh, schräg unter dir. Schräg unter mir. Wie komme ich da? Während du da pimmelst, mache ich noch ein bisschen Kohle weg. Warte mal, hier habe ich gegen den Creeper gekämpft. Der kam hier hoch und dann habe ich ihn weggebämst. Und dann bin ich hier hochgegangen oder was? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, der will nicht mehr. Ah, da ist dein Name. Sehr gut. Ich habe mich gerade voll gewundert, wie ich plötzlich da aufgetaucht bin bei diesem Strip-Mining-Dings. Ich dachte, das wäre voll weit weg. Strip-Mining-Dings? Ja. Ach so, da hinten. Ja, jetzt. So, habe ich es gefunden. Bist du bei mir, Mann? Bist du bei mir? Yep. Hi. Na, alles, glaube ich dir. Komm rein. Sehr gut. Okay, paar Strings geholt. Ja, gib mal Strings. Wie viel hast du? Genau zwei, glaube ich. Oder wie viel? Fünf. Fünf, easy. Easy win. Ja, perfekt. Weil wir haben jetzt genau noch einen für einen Bogen. Mhm. Ja, wo bist du? Hier. Hier bin ich. Nimm den Bogen. Sehr gut. Wie viele Pfeile hast du? Zwei. Sehr gut. Ich habe vier. Yeah. Ja, wir kommen voran. Ja. Warte, Leder brauchen für die Bücher, Gehirn. Ich lasse einfach alles im Inventar. Mhm. Deine nehme ich rein. Hast du eigentlich Clean Stones? Die habe ich gerade reingepackt, aber... Ne, selber habe ich sie nicht. Aber warte, hier hast du ein paar. Okay. Wieso, um Wege zu verschließen, Leute zu verwirren. Hast du alles rausgenommen, ne? Okay, dann nehmen wir alles. Ja, hab alles rausgenommen. Sehr gut. Die Goldhose hätten wir auch rauslassen können. Zack. Gehen wir nach oben jetzt. Auf geht's. Hier hast du einen Weg gebaut, ja? Ja. Ganz viel rumkippt. Irgendwie will uns keiner töten. Keiner hat Giant hinterher. Mano. Aber heute war richtig, war los am Server. Ich glaube, sieben Leute da drauf. Ja, ja, alle auf easy irgendwie, ne? Also easy. Ja, jetzt glaube ich wahrscheinlich am einfachsten. Okay. Ich glaube, den haben wir schon mal gebracht, ne? Ja, ja, also nicht nur einmal. Ich schreibe mir nochmal auf. Easy-Witz nicht mehr bringen. Gut. Neue Witze ausdenken für Minecraft-Folge. Äh, warte, gleich ist die Folge zu ändern. Dann sollten wir... Ja, komm wieder rein. Dann lass die da rein. Sehr gut. Okay. Baut zu den Scheiß. Okay, und dann sollten wir in der nächsten Folge Essen besorgen, oder nicht? Würde ich sagen. Essen und Zuckerrohr, ne? Und Zuckerrohr, alles klar. Sehr schön. Gut, dann warten wir nochmal ein paar Sekunden. Und dann würde ich sagen, schreibt uns immer noch weiter Tipps in die Kommentare. Ja, sehr hilfreich. Guckt beim Holli vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.